Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich zum Neujahrsempfang der grünen Landtagsfraktion begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung wieder so zahlreich gefolgt sind. In Vorbereitung auf so einen Neujahrsempfang überlegt man sich ja immer, wie kann man das vergangene Jahr zusammenfassen und möglichst dann auch noch einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Und die Aufgabe hat mir vor ein paar Tagen Marietta Slompka abgenommen in ihrer Schlussmoderation für das Heute-Journal. Und das fand ich war einfach eine ganz passende Zusammenfassung für die Zeiten, in denen wir leben, für die Ereignisse, mit denen wir konfrontiert sind. Es war wieder so einer der Tage, wo man nicht wusste, ob das jetzt alles wirklich eine Nachrichtensendung war oder eher im Bereich der Fiktion war. Und Marietta Slompka ging das ähnlich und sie beendete diese Sendung mit Meine Damen und Herren, das alles ist heute passiert. Nicht irgendwann, sondern im Jahr 2017. Und alles an einem Tag. Und ich fand, das ist eine ganz treffende Bezeichnung für die Zeiten, in denen wir leben. Es passiert ganz viel, was wir uns bis vor kurzem nicht hätten vorstellen können. Der Brexit. Die Entwicklung in der Türkei unter Herrn Erdogan, das immer weitere Entfernen von einem demokratischen Land. Die Vorgänge in Russland mit Herrn Putin, der Wahlsieg von Herrn Trump, die denkwürdige Amtseinführung von Herrn Trump und, und, und. Und es gibt viele Menschen in unserem Land, die sind verunsichert, die haben Ängste. Die fragen sich, wie geht das mit der Integration der Flüchtlinge. Die fragen sich, wie viel Sorgen müssen wir uns vor dem internationalen Terror machen, sind wir sicher in unserem Land. Aber die machen sich auch Sorgen darum, dass unsere Demokratie nicht nur von außen angegriffen wird. Unsere Demokratie wird auch von innen angegriffen, von Populisten, von Menschen, die mit unserem demokratischen Gemeinwesen, mit den Regeln des demokratischen Austausches, nun gar nichts am Hut haben. Und wichtig ist mir die Aussage, nicht Verunsicherung und Ängste sollten uns leiten, sondern uns sollte Zuversicht und Entschlossenheit leiten. Denn wir haben einiges beizutragen zu diesen ganzen internationalen und nationalen Debatten und wir haben allen Grund zur Zuversicht. Wir in Hessen sind ein Land, in dem gelungene Integration die Regel sind. Wir sind ein Bundesland mit dem höchsten Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die es überhaupt gibt. Und das zeigt, dass das täglich funktioniert, dass es auch Probleme gibt, aber dass gelungene Integration die Regel ist. Und das sollte uns den Mut geben, dass diese gelungene Integration jetzt auch mit den Menschen klappt, die im vergangenen Jahr vor Gewalt, vor Terror in unser Land geflohen ist und sich hier eine neue Heimat und eine neue Existenz aufbauen wollen. Wir sollten zuversichtlich und entschlossen sein, denn die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit der Hessinnen und Hessen und auch der Menschen in ganz Deutschland steht zu dieser Demokratie. Sie wollen diese Demokratie und sie werden diese Demokratie auch verteidigen und vielleicht sollten wir den wenigen, vielleicht sind es 10%, vielleicht sind es 15%, die das nicht wollen, einfach weniger Aufmerksamkeit schenken und über die Leute reden, die unsere Demokratie zusammenhalten. Und meine Damen und Herren, unsere Demokratie ist wehrhaft und das haben wir am gestrigen Tage gesehen mit der Razzia, die unsere Sicherheitsbehörden gegen ein Salafisten-Netzwerk durchgeführt haben. Unsere Demokratie ist wehrhaft. Wir sind entschlossen, unsere Bevölkerung zu schützen und wir Grüne haben ein kritisch-konstruktives Verhältnis zu den Sicherheitsbehörden. Wir üben Kritik da, wo Kritik geübt werden muss. Das gehört auch dazu. Das erwarten diese Sicherheitsbehörden übrigens auch von uns. Aber wir können auch Danke sagen, wenn etwas ganz hervorragend geklappt hat, wie das gestern der Fall war, meine Damen und Herren. Und das zeigt, dass manches Gerede, manche politische Zuspitzung über den angeblichen Zustand unserer Sicherheitsbehörden schlicht und ergreifend nicht zutreffend ist. Die Menschen machen einen super Job. Sie sind leistungsfähig, sie sind motiviert und sie sind auch gut ausgestattet in Hessen. Wir wissen, dass es immer noch Wünsche gibt, wie man das besser machen kann. Da ist auch vieles dran berechtigt. Und die Menschen in den Sicherheitsbehörden wissen, dass sie auch immer ein offenes Ohr haben, wenn es um die Verbesserung ihrer Ausstattung geht. Das gehört dazu. Darüber kann man auch politisch streiten. Aber, meine Damen und Herren, in diesen Zeiten sollten wir dann konkret streiten und sollten nicht Sicherheitsbehörden insgesamt infrage stellen, wie wir insgesamt die Institutionen unserer Demokratie als politisch Verantwortliche nicht infrage stellen sollten. Mehr Ernsthaftigkeit und weniger Übertreibung im politischen Diskurs. Das wäre auch so ein Wunsch für das Jahr 2017. In diesem Jahr mit den Ereignissen, die wir haben, braucht man mehr denn je in der Politik Haltung und Orientierung. Und ich würde einfach mal sagen, wer jetzt noch nicht politisch ist, wer jetzt immer noch auf der Couch sitzt und glaubt, das hat alles mit mir nichts zu tun, wer sich jetzt immer noch nicht einbringt, dem kann man eigentlich nur zurufen, wann dann. Es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Jetzt wird entschieden, ob es in Richtung Weltoffenheit oder in Richtung Abschottung geht. Jetzt wird entschieden, jetzt ist die Frage aufgerufen, ob das ein Land ist, in dem individuelle Freiheit, Vielfalt der Lebensentwürfe verwirklicht werden kann oder ob es in Richtung der Autoritären geht, die glauben, es gibt den einen Lebensentwurf, der richtig ist und alles andere ist irgendwie so ein bisschen komisch und kann man vernachlässigen. Jetzt wird entschieden, ob unser Land gerechter wird oder ob die Schere zwischen Armut und Reichtum immer weiter auseinander geht. Und es kann doch nicht sein, dass die Hoffnung der abgehängten Menschen in Amerika, aber vielleicht auch in Deutschland, sich an einen Milliardär richtet oder an Parteien richtet, die für diese Interessen dieser Menschen nichts, aber auch gar nichts übrig haben. Darüber wird jetzt abgestimmt. Jetzt ist die Frage in neuer Aktualität aufgerufen, ob wir uns um den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen kümmern oder ob die erste Amtshandlung einer Regierung ist, dass man das Wort Climate Change von der Homepage des Weißen Hauses tilgt. Das sind die Fragen, die jetzt anstehen. Und jetzt ist es Zeit, sich politisch zu engagieren, in welcher demokratischen Partei aber auch immer. Aber jetzt ist die Zeit. Sie tun das alle schon in den verschiedenen Funktionen, die Sie ausüben. Dafür ein herzliches Dankeschön. Aber sagen Sie es bitte auch weiter, dass Gleichgültigkeit gestern war und dass es jetzt dafür geht, für unsere Werte, für unsere Ziele und für unsere Demokratie einzustehen. Ökologie, Gerechtigkeit, individuelle Freiheit, Weltoffenheit, das ist das, was Grüne und viele Menschen in unserem Land leitet. Das sind die Themen, die wir mittlerweile in elf Landesregierungen verwirklichen können, in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und das sind auch die Themen, über die mit Sicherheit im jetzt anstehenden Bundestagswahlkampf debattiert und gestritten werden wird. Und Sie kennen uns ja beim Neujahrsempfang. Unser Gastredner, unsere Gastrednerin hat immer was zu tun mit dem, was in diesem Land besonders wichtig sein wird. In diesem Land. Und wir haben auch immer die Personen eingeladen, die besonders wichtig sein werden in diesem Land. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute unsere Bundestagsfraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen hier haben. Katrin Göring-Eckardt. Liebe Katrin, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Hessischen Landtag. Und wie die hessischen Grünen das hinbekommen haben, vorherzusagen, wer bei der Urwahl der Grünen Spitzenkandidatin wird, auch dazu wird Katrin Göring-Eckardt uns jetzt ein paar Sachen sagen. Liebe Katrin, wir freuen uns, dass du da bist, dass du wieder da bist. Wir sind eng verbunden zwischen Thüringen und Hessen, aber auch politisch. Insofern ganz herzlichen Dank, dass du hier bist und wir freuen uns jetzt sehr auf deinen Beitrag. Herzlich willkommen. Applaus 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 Applaus